Moin Leute, weiter geht's mit Legend of Zelda Wind Waker. Ich habe mir hier im Internet ein kleines Hilfsmittel jetzt geholt. Ich habe mir so eine Karte rausgesucht, wo alle Triforce Splitter mag jetzt sind. Wir haben zwar die Karten aber ich müsste jetzt von Hand alle Inseln hier durchsuchen und wir werden mal die Karte hier zu Hilfe nehmen. Ah, der Wind müsste doch... Ah, ist auch okay. Ah, da oben die Gaia Insel. Wenn wir gleich vor Ort sind, vergleiche ich mal alle... Wie heißen sie? Triforce Garten und dann sehen wir welche es ist. Gale Insel... Das müsste rein in der Theorie das zweite Fragment sein. Wir testen es mal... Triforce 2... ...müssten wir ziemlich nah an der Insel dann sein. Das könnte da drüben die drei Punkte sein, die so aus dem Wasser ragen. Ah, guck mal an, da drüben leuchtet doch sowas extrem. Ja, das ist die zweite. Hier, müsst's richtig sein. Ah. Jetzt müssen wir nach Oste. Das müsste sieben Sterne... Sieben? Seven Star Island... Sieben Sterne Insel... Das ist die Karte sieben. Ich weiß auch noch nicht, wie ich die Videos hier aufteile. Ob ich immer jetzt zwei Splitter... Ach, blöder Hai. Zwei oder drei Splitter farme und dann ins nächste Video gehe. Oder ob ich vier farme. Werden wir gleich sehen an der Zeit. Ja, diesmal die Haie. Das müsste dann Karte sieben sein. Gut, da sind wir jetzt hier. Ja, das müsste dann Karte sieben sein. Da vorne leuchtet das auch schon. Mir gefällt's nur nicht, wie die Kanolenschiffe da schon geiern. Weiter hoch geht's nicht. Okay, ja, komm. Machen wir halt den hier. So, jetzt haben wir in aller Ruhezeit. Ich sag raus, suchen in die Richtung. Jetzt ein Stück nach dort. Noch ein Stück. Ja, das müsste schon passen. Gut. Das könnte sogar hinkommen. Great Fish ist Karte 1. Was intrüüben. Nein, wir müssen doch die Windrichtung bisschen treten. Great Fish, das ist doch da, wo wir den Fisch getroffen haben, weil die Insel doch so zerstört worden ist. Ja. Langsamer. Und hier müsste passen. Ja. So, dann müssen wir den Wind mal wieder drehen. Dann werden wir es so machen und holen jetzt noch einen Teil. Und dann werden wir die nächsten vier Splitter in der nächsten Folge suchen. Stonewatcher Island. Was könnte da drüben sein? Oh ja. Das ist... Oh ja. Oh ja. Dritte Karte. Ah, da drüben leuchtet schon. Dass da auf einmal so viele Piratenschiffe sind. Okay. Karte 3. Run. Auf Wiedersehen. Liebe. щоб bitte 걸 gut wir werden eins doch noch holen das ist nämlich hier können wir gerade weiterfahren und dann werden wir die folge beenden die knallen da so wie bekloppte vorne müsste eigentlich eine insel kommen wahrscheinlich die sein was ist dann die karte 6 ne es ist hier drüben nein geh weg da war mir klar dass da noch mal einer mich undotzt komm wir machen den jetzt zum ende es ist genug geht es mit euch habt ihr genug egal wir haben jetzt hier das erreicht noch ein stück nach vorne noch ein stück müsste dann auch schon passen ja gut und die letzten drei werden wir in der nächsten folge uns besorgen bedanken wir schon mal fürs einschalten und bis zum nächsten mal wiedersehen